Servus Leute und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Arthur und ihr seid auf meinem Kanal Mein Weg zu Uhu. Heute nehme ich euch mit zum Fitness. Ich trainiere ungefähr seit drei Monaten in so einem Dreiersplit. Das heißt zweimal Oberkörper, einmal Unterkörper. Heute geht es zum Oberkörpertraining. Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch die Übungen, Wiederholungen und einfach mal so ein paar Mitschnitte. Ich bin jetzt in der Garage. Ich hoffe das Licht ist super oder einigermaßen okay und kommt mit. Aufzug oder Treppen? Aufzug. Also ich fange nur mit dem Waldenrucken an. Jetzt gibt es einen Aufwärmsatz mit 60 Kilo und dann gehe ich ins Arbeitsgewicht mit 100 Kilo. Dann fange ich einfach mal an, mache mich jetzt warm und sehen wir uns gleich wieder. So jetzt kommt mal 100 Kilo Bankdrücken dran. Schon ewig nicht mehr gemacht. Deshalb gab es noch kein Video. Jetzt probiere ich es noch mal. Okay. Stabil. Also das Brustlein ist jetzt fertig. Jetzt geht es zum Rudern. Also mit dem Rudern bin ich jetzt fertig. Es hat viel Luft gekostet. Mega schwer gewesen. Jetzt geht es ab zum Butterfly. So Butterfly fertig. Zweimal wiederholt. Jetzt geht es zum Ladzug. So fertig mit dem Ladzug. Jetzt zeige ich euch, was mich mal richtig tierisch aufregt. Das ist hier dieses Tuch. Als ob man damit die Bakterien alle tötet. Aber muss man halt machen. Ach ja und jetzt geht es zum Seilzug, Seitheben, Seilzug, Seitheben, Trizeps, Bizeps und dann bin ich für heute durch. Ne Quatsch. Cardio. Herz-Kreislauf. So, Seitheben fertig mit dem Seilzug. Die Übung mag ich eigentlich nicht so. Aber die muss man machen. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsübungen. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsübungen, Trizeps am Seilzug und dann zum Bizeps. So, jetzt ist das Bizeps auch fertig. Jetzt geht es zum Bizeps. An die Bizepsmaschine feiere ich extrem. Ich habe da den besten Pump und das wird auch meine letzte Kraftübung sein. Danach geht es auf den Fahrrad wahrscheinlich oder auf den Stepper mal schauen. Für das Herz-Kreislauf-Training. Also los geht es zum Bizeps. So Freunde, meine Bizepsmaschine ist leider besetzt. Jetzt machen wir ein bisschen was in den Freihandeln. Und ja, heute war das Training nicht so besonders, weil ich irgendwie nicht immer selber filmen muss. Und ich bin mir echt irgendwie dumm vorgekommen. Hier sind ja auch andere Leute immer irgendwie selber zu filmen und in die Kamera zu sprechen. Wäre echt ein bisschen komisch, aber naja. Jetzt mache ich den Bizeps hier an der Freihandlung. Und dann geht es zum Kreislauf. Herz-Kreislauf-Training. Also ein bisschen Fahrradfahren eine halbe Stunde. Und jetzt schaut zu. Ich mache jetzt Bizeps. Einfach Curls. Easy. Magisch. So, meine halbe Stunde Cardio ist jetzt fertig. Noch eine Minute. Dann habe ich aber zu meinem Herz-Kreislauf-System getan. Wenn euch mein Training gefallen hat, lasst mal gern ein Abo da. Und wir sehen uns gleich wieder. Und schaut mal, was man hier für einen geilen Blick hat im Cardio-Stand. So, Servus Leute. Das war jetzt mein Oberkörper-Training. Sieben Übungen, 21 Sätze. Plus nochmal Herz-Kreislauf-Training. Ich hoffe, es hat euch mein Training gefallen. Wenn ihr mal mein Beintraining oder Unterkörpertraining sehen wollt, lasst mal gern bitte ein Abo da. Und jetzt genieße ich nochmal meinen Shake. Etwas Sonne und dann geht's heim. Also vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße. Vielen Dank. Vielen Dank.